Hey, ein weiterer Fortnite Guide ist heute für euch wieder am Start. Es geht um die nächste Phase der Aufgabe, dass wir das NOMS-Schild zusammenfügen müssen. Die zweite Phase ist hier Suche das S bei Wailing Woods und dieser Buchstabe ist ein bisschen versteckt. Ihr müsst hier durch diese ganzen Labyrinthe unterhalb von Wailing Woods durch und ihr müsst zu diesem bestimmten Labor hier, der befindet sich am nördlichen Ende quasi dieses Komplexes auf der oberen Etage und dann eben hier in der rechten Ecke. Ich höre hier gerade einen Gegner, den mache ich eben noch fertig. Ich möchte mich eigentlich eh weg sprengen, weil ihr müsst pro Phase ein Spiel beenden. Das heißt, ihr könnt nicht alle vier Phasen oder fünf Phasen in einem Spiel machen. Ihr müsst so oder so drauf gehen und dann das nächste beim nächsten Spiel machen. Ja, ich zeige euch das Ganze nochmal auf der Minimap von dem Kollegen. Wie gesagt, etwas im Norden von diesem ganzen Laborkomplex. Ansonsten, falls nur Fragen, Anregungen oder Kritik offen sind, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.